Warte, 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 noch nicht wechseln. Lass mich erst alle Schafe haben. Hast du noch einen Zaun übrig oder ein Törchen? Ja, ja. Ne, einen Zaun hab ich noch übrig. Schafe! Na komm! Schnell! Hopp, Schafe! Mach zu! Okay. Ist die kein Zeug mehr? Naja, alles die schon Herzchen haben, die ist nix mehr. Der Witz ist, ich sehe gar keine Herzchen. Dann mach mal Option, Grafikeinstellungen, da muss die Partikel verringert machen. Oder auf alle. Kannst wieder die Herzchen sehen, wie sie sich lieb haben. Toll, was hab ich jetzt gedrückt? Was hast du gedrückt? Juhu, Spitz! Jetzt! Äh, ich sehe meine Leiste nicht mehr. Ja, ja, jetzt hab ich irgendwas. F1. Ja, Mann. Hä, irgendwie stimmt hier grad gar nichts mehr. F1? Nein, F1 ist das nicht. Doch. Welche Leiste suchst du denn? Also deine untere Leiste ist weg. Bin ich doch gar nicht hier. Und das ist Leiste weg. Ich drücke F1, sehe ich mal die Leiste? Ach so. Klar, ich bin ja auch bescheuert. Haha, es war ab und zu. Ach Gott. Ja. Man sollte nur mit Profis arbeiten, ne? Ja, genau. Man sollte nur mit Profis arbeiten. Weil da hatte ich nur weiße Wolle haben. Aber jetzt haben wir alles. Ja, wir können alles färben. Aber ich sehe trotzdem keine Herze. Option? Ne? Also, X-X-Kape? X-Kape. Alle drin, alle aus, hab ich alles probiert. Äh, ja, weil die jetzt nicht mehr Liebe machen können. Die meisten Schafe. Die haben doch gerade Liebe gemacht erst. Die können doch nicht immer auf Kommando werden, wenn du möchtest. Pervers Link, du. Die wollen auch mal ihr Spaß haben und nicht immer nur, immer, immer, ne? Wir machen ganz viel Liebe machen. Liebe, 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 Liebelei, Liebelei. Nein, ich will nicht wieder unterfallen. So, ja, lass dich mal ganz in Ruhe. Äh, Steine. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Okay, so. Das hab ich schon mal. Was ich aber nicht im Kopf habe? Ne, das hab ich mal in der Baile. Hatte ich ja nicht vorhin noch Holz drin? Äh, also Holz dämme? Doch, da. Irgendwo hattest du das. Fuck. Oh, eine Melone ist gewachsen. Ich weiß ja, jetzt überall wieder alles kurz und quer, ich mag das schon. Keine, kein Sortieren, kein Gornichts. War ich nicht. Ja, ich bin entschuldig. Äh, war, äh, äh, ja. Das war ein Kobold. Ich hab nix gesehen. Oh, es wird schon wieder dunkel. Das ist doch schön. Gucken wir mal. Ich glaub, an der Stelle werde ich später denn. Oh. Boah, ist mal noch Hogen, glaub ich. Mmh, Holz. Zack. Ah, clever. Clever. Clever, clever, clever wieder von mir. So. Ein Werfer. So sollte ich auch mal machen, ne? Wäre vielleicht, äh, sinnvoll. Muss aber nicht. Ein Knöpken. Haben wir denn unten auch Steine haben wir jetzt schon wieder. Das ist super. Und wir schlafen gehen erst? Wett. Wett. Meh. Ich lieg schon. Du möchtest ja im Dunkel nicht arbeiten. Höre zu, ne? Damit wir keine kalte Wüse kriegen. Okay. Gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. So, jetzt gehen wir Zähne putzen. Und wie vorhin? jetzt wieder abgelassen da hinten schon wieder so ein creeper naja creeper wir müssen mal doch ein bisschen archen haben irgendwo kein fehler gemacht wie sonst auch immer liebe 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 die eulen dinge doch hier mal wieder auf hier überlegen überlegen so wuff wuff geht's wieder ab ne ne ecke mach ich einfach so fertig muss doch nicht so ein schnickschnack machen hier ich hätte gern ein bad, ein stehklöchen, ne dusche und ne badewanne ich hätte gern alles okay geht das ne luxusbadewanne oder so oder denn schon denn schon ich möchte mich ja wohlfühlen in den vier wänden oh ja das wird noch dauern ich kann das überlegen so die spawnier 1,2,3,4,5,6,7,8, das müsste ein key reichen er sagt ihr den hund ja ich hab die fenster offen kleiner clever immer irgendwas passt hier nicht hey ich mach mal die fenster zu so schrecklich ich lass das glaub ich so so jetzt ist es einfacher und es ist auch nicht mehr so laut ähm warte mal das muss ich mal irgendwie ausbauen hier hab ich denn Erde? Erde hab ich blum 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 vergiss die schafe nicht zu scheren, ne? oder soll ich das machen? hm mach du mal ok dann meint das gleich sowieso dann noch oben liegen so wieder steine einsammeln ach das war das jetzt 20 hätten wir das gemacht vorher 20 breit und 30 tief oder so das weiß ich gar nicht du hast es doch schön gemacht warte mal äh Eisen haben wir glaube ich noch da vorne drin 1,2 ja genau 20 hatte ich gemacht 1,2,3 aber am besten mal so ein Zauntor wäre nicht schlecht wie war das was man nicht im Kopf hat, ne? hat man in den Benen richtig war das war das so ähm machen wir das jetzt hier? machen wir das oh zwei stück ne axt ich hab mir gedacht wir machen zwei Wohneingänge ja von hinten und von vorne genau ok das hört sich ein bisschen komisch an aber das ist weg haut ab schaffe pfui geht vom Türchen weg das nehme ich auch oh kommt hier nämlich die Treppenstufe rauf genau baby scharf nochmal jetzt haben wir graue und schwarze Wolle ok ist ja auch nicht schlimm ja haben wir halt beides oh Melon ist schon wieder fertig das kommt irgendwo hier rein der Eimer Wasser komm ich denn jetzt da hoch ja das hört doch mal zu ja du holen zwei drei vier fünf bist du da vorne nicht? und dann brauche ich aber wieder alles rauf wieder rauf 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 dann findest du sie auch in der gerümpelkiste rauf okay klopp den gang runter wenn es in die mine untergeht ich gott geflutet wasser kommen die weg weil mir gerade überlege hätte ich ja doch doch nämlich war mich björn hat ideen den dünn 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 wieder gedroht das wasser bis das hier unten ist hilfe ja eigentlich dachte schon das hört nie auf aber ich werde doch ein weiter zurück stufe so so ist meine spitzhäcke die ist kaputt